Herr Minsch, die Schweizer Wirtschaft wird laut Ihrer Prognose auch 2024 mit angezogener Handbremse wachsen. Haben die Notenbanken die Weltwirtschaft zu stark abgewürgt? Also meines Erachtens haben die Notenbanken viel zu spät reagiert, insbesondere die EZB und das FED. Die haben die aufkommende Inflation nicht gesehen und mussten dann überhastet reagieren. Aber eigentlich ist die schwache Konjunkturentwicklung nicht nur auf die Zinsen zurückzuführen, sondern auch aufgrund der geopolitischen Situation, Krieg in der Ukraine, jetzt in den Nahost. Die Verunsicherung der Märkte ist gross und entsprechend ist auch das Wachstum relativ bescheiden. Die Schweizerische Nationalbank hat auch die Zinsen erhöht. Wann sollte sie diese Ihrer Meinung nach wieder senken? Also im Moment sind wir ja immer noch in einer Situation, wo die Inflationsrate auf Jahresbasis grösser ist als 2%. Und das wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr so bleiben. Von dem her sehe ich noch wenig Spielraum, die Zinsen in der Schweiz zu senken. Allenfalls kann das in den USA oder in der Eurozone passieren, weil dort ja die Zinsen aber deutlich höher sind als in der Schweiz. Sie gehen in Ihrer Prognose von einem Softlanding in den USA aus. Wie sicher sind Sie sich dabei? Das ist das Hauptszenario. Wir gehen davon aus, dass die Kreditausfälle nicht wirklich massiv zunehmen, sondern dass quasi die US-Wirtschaft mit den höheren Zinsen auch leben kann. Vielleicht gibt es die eine oder andere Zinssenkung in der zweiten Jahreshälfte. Aber es sollte keine negative Kettenreaktion erfolgen. Und von dem her ist das Hauptszenario ja ein Softlanding. Aber es könnte durchaus sein, dass wenn die Kreditausfälle schlagartig zunehmen würden, dass es eben anders auskommen könnte. Der Konsum ist traditionell eine der Stützen der Schweizer Wirtschaft. Erhöhen die Schweizer Unternehmen im Hinblick auf 2024 die Löhne genug, damit dies auch so bleibt? Die Unternehmen sind natürlich vielfach gefordert. Sie versuchen logischerweise die Löhne anzupassen, auch aufgrund des Arbeitskräftemangels. Passen sie die auch notwendigerweise an, um überhaupt noch Personal zu finden? Mit rund 2% wird das im Rahmen der Inflation der Fall sein. Noch eine Frage spezifisch zum Schweizer Franken. Der wird auch im neuen Jahr sehr stark sein. Inwiefern stellt er die Schweizer Wirtschaft vor Herausforderungen? Ja, der starke Franken ist vor allem für die Investitionsgüterindustrie ein Problem. Dort ist die internationale Nachfrage sehr schwach. Und Preiserhöhungen werden ja nötig, wenn der Franken sich aufwertet. Man müsste ja die Preise dann im Ausland auch nominell erhöhen können. Und das stellt doch viele Unternehmen vor grosse Schwierigkeiten. Generell aber hilft es, dass die Inflationsraten im Ausland höher sind als in der Schweiz, um mit dem starken Franken zurecht zu kommen.